Jetzt jetzt hier erstmal versuchen, um auf den Spot zu kommen. Da ist Eiker mit der Eröffnung. Aber es ist halt nur noch alleine. Eins, zwei, drei. Eiker macht die Runde eventuell sogar nochmal möglich. Eins gegen zwei und Bombe hat er auf dem Rücken. 27 Sekunden, äh, 20 Sekunden und 37 HP. Aber er will hier nochmal auf einen weiteren Frag gehen. Wartet natürlich auf die Rotation der CTs, aber die steppen ihm jetzt hier erstmal nicht rein. Vittorius in der Mitte mit der Pistole unterwegs. Der wird jetzt angezielt. Und Eiker trifft Etorres. Eiker jetzt mit dem 4-Counter. Könnte acen. Verschießt sie den nächsten Schuss. Wartet auf den nächsten Wickel. Und da ist das Ace. Und Eiker rettet die Runde für die Ducks. In einer Eins-gegen-Fünf-Situation. Und was ein Klatsch vom Senior.